Ja, SPD gegen Grüne, FDP gegen Grüne, Grüne gegen FDP, das Ganze nennt sich Ampel-Koalition. Reden wir darüber mit Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, Professorin an der Hertie School of Governance. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, ich grüße Sie. Frau Römmele, wenn Sie sich das anschauen, die Ampel blinkt in verschiedene Richtungen. Welche Signale sendet diese Koalition da gerade aus? Gut, ich würde mal sagen, das, was wir gerade hören und was wir gerade sehen, ist eine sehr schlechte Mannschaftsleistung. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass diese Umlage ja im Bundestag diskutiert wurde und auch verabschiedet wurde. Also die Koalition stand eigentlich geschlossen hinter dieser Gasumlage. Jetzt entdeckt man, dass Fehler drin sind. Man nimmt sie zurück und auch das, und das ist mir ganz wichtig, auch das ist Teil von Politik. Dass man erkennt, dass man Fehler macht und diese dann eingesteht und dann zurückzieht. Dass jetzt aber innerhalb der Koalition die SPD auf den Wirtschaftsminister zeigt, die Fäde zwischen Lindner und Habeck wieder öffentlich ausgetragen wird, just vor den wichtigen Landtagswahlen in Niedersachsen, ist, wie ich schon sagte, keine gute Mannschaftsleistung. Keine gute Mannschaftsleistung? Und mit wem geht dann diese verkorkste Gasumlage politisch nach Hause? Wem wird das angelastet aus Ihrer Sicht? Also kurzfristig wird es natürlich Robert Habeck angelastet, weil diese Idee, weil dieses Gesetz aus seinem Haus kam, er dafür verantwortlich ist und war. Aber er hat diesen Fehler ja auch schon relativ früh eingeräumt. Also kurzfristig, ganz klar, geht sie mit Robert Habeck nach Hause. Wie es mittelfristig ist, hier muss man sich natürlich die Frage stellen, warum gelingt es einem Bundeskanzler nicht, diese Koalition irgendwie zusammenzuhalten und nach außen hin als Einheit dastehen zu lassen. Dass nach außen hin diese Brüche sichtbar werden, ist kein gutes Signal. Nun hat der Kanzler gerade Corona, dennoch spielt sich das ja schon seit einer ganzen Weile ab, muss man dazu sagen. Schauen wir noch mal auf die Grünen. Nun hat der Wirtschaftsminister Habeck erstmals angedeutet, dass der Streckbetrieb der Atomkraftwerke über den Winter wahrscheinlicher geworden ist. Wie groß ist das, wenn man auf die Grünen blickt, wie groß ist da auch die Sorge aus Ihrer Sicht, dass das die Grünen zerreißen könnte, die AKW-Laufzeiten in den Winter noch zu verlängern? Gut, die Grünen sind schon durch einige rot oder haben einige rote Linien überschritten. Das müssen wir auch mal festhalten. Ich glaube, es muss dann der Parteiführung, es muss dann auch Robert Habeck gelingen, sollte es in diese Richtung gehen, die Notwendigkeit dieses Schrittes auf der einen Seite klar zu machen und aber auf der anderen Seite auch klar zu machen, dass es hier wirklich nur um eine Übergangslösung geht, dass man an dem Grundsatz weg von der Atomkraft weiterhin festhält. Das ist eine Überzeugungsleistung, das ist eine kommunikative Leistung, die ich Robert Habeck, die ich den Grünen aber durchaus zutraue. Sie trauen es den Grünen zu, das noch zu leisten. Vielen Dank bis hierhin, Andrea Römmele, zu den Irrungen und Wirrungen zur Gasumlage innerhalb der Ampelkoalition. Ja, und dann blicken wir jetzt mal weg von der Ampel hin zu ihm, zu dem Oppositionsführer Friedrich Merz. Da war er wieder, der Alte, der Unfreundliche, der Unberechenbare Friedrich Merz. Mit ein paar Sätzen hat er ziemlich viel Porzellan zerschlagen über ukrainische Kriegsflüchtlinge, sagte er. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus ukrainischer Flüchtlinge. Nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Nun, heute hat er zurückgerudert, hat sich entschuldigt für diese Sätze. Doch der Schaden für die CDU, der ist längst angerichtet. Und Friedrich Merz, nun, der erklärt das Ganze so. Es hat gestern und heute einige Aufregung um ein Wort gegeben, das ich im Zusammenhang mit den zunehmenden Problemen um Flüchtlinge und Asylbewerber in unserem Land gegeben habe. Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen, sondern ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen und dazu Probleme bekommen mit einer größer werdenden Zahl von Asylbewerbern. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr. Ich bleibe allerdings dabei, darauf hinzuweisen, dass wir ein Problem haben. Und dieses Problem wird nicht kleiner, dieses Problem wird größer. Es wird vor allem dadurch größer, dass wir zunehmende Asylbewerberzahlen haben in diesem Jahr. Die Zahl von 200.000 nicht nur erreicht, sondern möglicherweise auch überschritten wird. Und darüber müssen wir reden. Das ist ein Thema, das auch die Bevölkerung in Deutschland zunehmend beunruhigt. Und deswegen sprechen wir dieses Thema an. Ein Partei- und Fraktionsvorsitzender, Friedrich Merz, der sich wortreich erklärt und rechtfertigt. Aber das Gesagte ist in der Welt. Sozialtourismus hat er einigen ukrainischen Geflüchteten vorgeworfen, die angeblich zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendeln würden. Blicken wir auf den Oppositionsführer nochmal mit Andrea Römmele, Professorin an der Hertie School of Governance. Frau Römmele, war das ein politischer Fehler oder Kalkül? Das war ganz klar Kalkül. So was passiert einem Friedrich Merz, nicht einfach so. Das war deswegen Kalkül, weil wir ja in knapp zwei Wochen die Wahl in Niedersachsen haben. Eine, wenn man sich die Umfragen anschaut, relativ enge Wahl. Die SPD hat noch einen leichten Vorsprung, aber die CDU kann diesen durchaus noch aufholen. Und das war ganz klar der rechte Blinker, den Friedrich Merz hier eingesetzt hat, um eben auch an mögliche AfD-Wähler und so weiter zu signalisieren. Er hat es heute wieder zurückgenommen, aber trotzdem ist das Gesagte in der Welt. Sie sprechen von einem rechten Blinker. Nun hatte Friedrich Merz Ende vergangenen Jahres ja genau eigentlich den als ausgeschlossen erklärt. Er hatte gesagt, er ziehe eine Brandmauer von der Union zur AfD. Was ist denn von dieser Brandmauer übrig geblieben? Gut, das glaube ich ihm schon, dass er mit dieser Brandmauer eben meint, keine Zusammenarbeit in jeglicher Form mit der AfD. Dazu steht er auch. Aber wir haben Wahlkampf in Niedersachsen, einen relativ engen Wahlkampf. Und da ist eben auch ein solches Wahlkampfmittel probat. Sie sagen, es gehe bei diesen Äußerungen auch um den Wahlkampf in Niedersachsen. Schauen wir dorthin. Wie wichtig ist dieses Bundesland? Wie wichtig sind diese Wahlen in Niedersachsen? Auch mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse und die Regierung in Berlin. Naja, wir haben das ja schon im Frühjahr gesehen, als in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein die Amtsinhaber, CDU-geführte Bundesländer, einen Sieg nach Hause gefahren haben, dass das die CDU auch etwas beflügelt hat. In beiden Bundesländern haben wir Schwarz-Grün. Wir haben momentan die Große Koalition in Niedersachsen. Sollte die CDU die Nase vorne haben in Niedersachsen und ein weiteres Schwarz-Grünes Bündnis nach Hause fahren, hätten sie ein neues Bundesland gewonnen und das dritte Mal in diesem Jahr ein Schwarz-Grünes Bündnis geschmiedet. Das wäre schon ein ganz klares Signal in Richtung Bundestagswahl, auch wenn es bis dahin noch ein langer Weg ist. Sie sagen, es ist noch ein langer Weg. Das stimmt. Allerdings, diese Wahl steht ja auch unter dem Vorzeichen, dass jetzt viele Menschen höhere Energiekosten haben, dass die Krise auf den Energiemärkten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern so richtig ankommt. Wer muss denn aus Ihrer Sicht eigentlich vor dieser Wahlauseinandersetzung am meisten zittern? Und droht hier ein Comeback der AfD in Niedersachsen? Was wir jetzt in den Umfragedaten sehen, ist, dass die Grünen etwas an Zuspruch verloren haben. Also hier werden wahrscheinlich die Fehler, die Robert Habeck gerade zugeschrieben werden, machen sich hier auch ein Stück weit bemerkbar. Sicherlich ist zu befürchten, dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung, der steigende Preisdruck, dass Bürgerinnen und Bürger hier Zuflucht bei der AfD suchen. Aber es sind noch zehn Tage, gute zehn Tage Wahlkampf. Und da macht jeder Tag, da macht jedes Wort auch etwas aus. Und hier, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, hier machen eben auch solche Aussagen wie Friedrich Merz, die gestern getätigt hat, haben durchaus auch einen Effekt. Dann schauen wir mal, welchen. Herzlichen Dank nach Berlin, Professorin Andrea Römmel. Sehr gerne.